Hallo, Lars hier von Lars-Schlagende.com. Es ist heiß, es ist Sommer. Ich habe hier in meinem Arbeitszimmer eine Temperatur von 29 Grad und deshalb habe ich mir etwas für die Abkühlung gekauft. Diese Eva Polar Eva Light, jetzt muss ich aufpassen, dass das Wasser nicht ausleert. Die hat also einen Wassertank, so einen komischen Filter drin und ist natürlich irgendwo auch ein Ventilator drin. Und wie das Ding bei mir abgeschnitten hat, das in dem Video. Also bleibt dran, gleich geht es weiter. Ja, wer meinen Kanal verfolgt hat, der weiß, ich bin umgezogen, bin jetzt in einer größeren Wohnung zur Freundin gezogen und in der alten Wohnung, da hatte ich ein vollwertiges Klimagerät. Da habe ich ins Fenster ein Brett sauber passend zugesägt, Loch reingeschnitten, Schlauch durch, das Ganze schön abgedichtet, sodass der Wirkungsgrad relativ hoch war. Aber danach ist natürlich der Stromverbrauch, der ist sehr groß. Jetzt hier habe ich pro, also zumindest für das Zimmer, wo es in Frage kommt, eben nur noch ein Fenster zur Verfügung. Und das stellt mich natürlich für das Problem, das macht wenig Sinn, das mit dem Brett abzudecken. Ansonsten muss ich das jedes Mal rausnehmen, weil da will man abends auch durchlüften. Daher eine Alternative musste her. Ja, ich habe mich hier für dieses Evapolar EVA, ne, Evapolar EVA Lite Gerät entschieden, 20x20x25cm groß. Es kostet normalerweise fast 200 Euro und das hätte ich nicht ausgegeben. Es gab so eine Sonderaktion, da habe ich es für 199 Franken genau bekommen und da habe ich gedacht, okay, ich habe schon lange mit geliebäugelt und habe mal zugeschlagen. Es gibt viele ähnliche Geräte auf dem Markt, die zum Teil viel billiger sind. Ich komme noch drauf, was sehr wahrscheinlich der Unterschied ist. Ich kenne jetzt die billigen Varianten nicht. Unter Umständen sind die auch ganz gut, wenn nicht ganz so langlebig. So, die Funktionsweise ist die, man hat hier diesen Wassertank, den kann man abnehmen und dann vollfüllen. Das Wasser wird in diesen Filter hier eingesaugt. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Luftfilter beim Auto. Und dann pustet der Ventilator die Luft dadurch, dass das Wasser verdampft dadurch und dadurch entsteht Kälte. Ich habe jetzt hier einfach eine Powerbank dran. Das ist also per USB zu betreiben. Ich schalte es jetzt gerade mal ein. So ein bisschen unsinnig finde ich da das Licht. Da kann man auch die Farbe ändern. Brauche ich eigentlich nicht. Ich gehe immer in den normalen Zustand. Also in den lichtlosen Zustand. In den, eigentlich ist der Nachtzustand. Jetzt hörst du das Gerät auch rauschen. Ich habe hier Volldampf. Oder man kann es auch leiser stellen. So, ich habe das Gerät jetzt hier eingeschaltet. Das siehst du auch was, was mir so nicht so gut passt. Neben dem, dass man den Filter fortlaufend erneuern sollte. Hier ist schon mal so eine Pin, also so ein Segment von dieser Zahldarstellung kaputt gegangen. Ich sage mir, naja, okay, ist jetzt nicht so wild. Aber naja, immerhin zu verstellen, das ist recht einfach. Einfach hier am Drehrad. Dann kann man hier einmal drauf drücken, dann nochmal drauf tippen. Dann geht das Licht aus. Dann braucht er schon mal ein bisschen weniger Strom. Das ist so meine bevorzugte Variante, das Ding zu betreiben. Da kann man sie auch aufdrehen. Und was mir, wie gesagt, sehr gut gefällt. Ich kann das mit einer Powerbank betreiben. Ich bin unabhängig von der Steckdose, kann es mitnehmen. Und jetzt gehen wir doch nochmal zurück in den normalen Modus. Du siehst also, hinten habe ich 28 Grad, vorne 24 Grad. Die füllt man tatsächlich auch. Und ich habe das auch mit so einem Standardthermometer, wie ich es dir eingangs gezeigt habe, auch mal nachgemessen. Das passt also schon. Laut Bedienungsanleitung soll eine Abkühlung um 15 Grad möglich sein. Das halte ich allerdings für ein Gerücht. Es steht schon dabei, dass es je nach abhängig ist von der Umgebungsluftfeuchte. Und die ist im Sommer naturgemäß relativ hoch. Ihr seht ja, ich habe 70%. Das ist extrem hoch. Heute ist allerdings auch ein sehr, sehr schwüler Tag. Realistisch sind schon eher so die Abkühlung, denke ich, um 5. Ich habe einmal 6 Grad gemessen. Natürlich kommt vorne sehr feuchte Luft raus. Das wird auch oft bemängelt. Ich habe allerdings, muss ich sagen, in meinen ersten Tests, wo es nicht so schwül war wie heute, nicht so schwül warm, habe ich jetzt kaum eine Vergrößerung der Luftfeuchte im Raum festgestellt. Ich muss allerdings dazu sagen, ich tue nachts immer durchlüften. Und auch manchmal untertags noch, je nachdem wie heiß es draus ist, ist es halt nur kürzer. Von daher ist es wahrscheinlich eher ein bisschen druckener. Es gibt auch Berichte im Internet, also Bewertungen, die schreiben, jemand hätte sich sein Parkett ruiniert, weil eben zu feuchte Luft vorne rausgekommen wäre. Ich muss sagen, es ist recht angenehm, wenn man das direkt vor sich hat. Aber in ein bisschen Entfernung, da merkt man es leider schon nicht mehr so großartig. Wie ist das Ding jetzt im Vergleich zu so einem normalen Ventilator? So ein großer Ventilator, der bringt natürlich auch einiges. Allerdings ist es da so, dass die Luft hinter dem Ventilator genauso warm oder kalt ist, wie die vorne dran. Der Kühleffekt, der tritt eigentlich nur ein, weil der Luftzug den Schweiß auf der Haut kühlt. Das ist was, wo man so ein bisschen im Hinterkopf behalten muss. Hier ist es also wirklich so, dass feuchtere Luft vorne rauskommt. Natürlich ist die Luft auch ein bisschen feuchter und drucknet dann eventuell den Schweiß auch nicht mehr so gut ab. Von meinem persönlichen Gefühl her muss ich sagen, ich finde es angenehm. Es ist gut, es fühlt sich gut an. Allerdings ist der Effekt nicht so riesengroß. Heute, wie gesagt, ein sehr, sehr heißer Tag. Und so gegen Nachmittag habe ich mich auch mit der eingeschalteten Eva-Polar so gefüllt, als... Ja, ich habe einfach nichts mehr in der Bude zu suchen und habe mir einfach nur noch ein Schwimmbad mit möglichst kaltem Wasser gewünscht. Habe dann nach Feierabend auch sofort den Sprung unter die kalte Dusche angetreten. Für den von mir gezahlten Preis finde ich das Gerät okay. Ich würde aber, glaube ich, nicht den regulären Preis dafür bezahlen wollen. Dafür ist der Effekt dann doch eher zu gering. Ich finde es eine ganz gute Ergänzung, was man natürlich wirklich bedenken muss. Manchmal werden die Geräte auch als Klimageräte angepriesen. Das ist dann irgendwie so ein bisschen wie mit dem Fleischersatz, mit dem Veganen. Wenn man da genau 1 zu 1 Fleisch erwartet, dann wird man enttäuscht. Ein Klimagerät ist die Eva-Polar ganz und gar nicht. Das kann sie nicht leisten, wird sie nie leisten. Aber ich denke, das ist auch ein Stück weit logisch, wenn man sich die Daten so ein bisschen anguckt, das Prospekt genauer anschaut. Es kann dann trotzdem eine gute Ergänzung sein. Für mich die angenehmste Position ist hier links an der Seite, so direkt vor mir. Im Moment läuft das Gerät bei Viertel. Ich drehe hier nochmal auf. Halb. Na, dreiviertel Vollgas. Kannst du dir die Geräuschkulisse vielleicht etwas besser vorstellen. Für eine optimale Kühlung habe ich es aber gerne auch ein bisschen was an den Füßen. Da werde ich mir eine zweite höchstens kaufen, wenn es die wieder für billig gibt. Weil, also 200 Euro oder Franken ausgeben, das finde ich doch zu viel. Ich habe mir hier mit einem einfachen USB-Lüfter geholfen. Die hängen dann normal beide an der gleichen USB-Powerbank. Und das finde ich eigentlich ganz gut, weil ich lade die mit Solar auf, jedenfalls jetzt im Sommer meine Powerbanks. Und von daher, ja, bin ich da quasi ohne Stromkosten gekühlt. Ja, das Fazit zu dem Teil. Was natürlich gut ist, es kühlt die Luft, die hinten rein geht. Es kommt vorne immer kühlere Luft raus, solange der Wassertank noch voll ist. Der Stromverbrauch ist gering. Wir betreiben das mit USB. Können also so einem normalen USB-Ladegerät oder eben auch an der Powerbank das betreiben. Es ist bei nicht ganz so enormer Hitze, bis zur Hälfte ist es relativ leise. Hat eine angenehme Lautstärke. Ja, und dann natürlich auch zu den Nachteilen. Die austrenende Luft ist also relativ feucht. Wie gesagt, da hat jemand darüber berichtet, dass er sein Parkett versaut hat. Ich könnte mir schon vorstellen, dass, wenn ich das jetzt direkt auf den Boden stelle, dass ich ein Handtuch oder sowas drunter legen müsste, weil dann mit der Zeit möglicherweise das O-Vorn dran so ein bisschen feucht werden könnte. Es ist für einen Ventilator zumindest zum regulären Verkaufspreis teuer, wenn nicht sogar zu teuer. Und die Folgekosten durch den Tausch des Filters, die kann man nicht wirklich als positiv bewerten. Hier nochmal zusammengefasst die Vor- und Nachteile. Ich blende es euch gerade ein. Für 100 Euro, Daumen nach oben, das war es wert. Das war es mir zumindest wert. Natürlich bekommt man für 100 Euro einen Haufen USB-Lüfter. Aber die Kühlleistung ist dann doch deutlich höher hier mit diesem Gerät. Aber informiert euch vor einer eventuellen Anschaffung. Schaut euch die technischen Daten an. Das Ding ist keine Klimaanlage. Das bleibt einfach ein besserer Ventilator. Einfach nur, damit ihr da nicht enttäuscht seid. Und wie gesagt, 200 Euro würde ich dafür jetzt so nicht ausgeben. Bei den Billignachbauten schaut einfach, dass der Filter immer wieder trocken ist oder dass das Gerät, das Element innen drin, dass der nicht nass bleibt und dann wie möglich schimmelt. Da würde ich jetzt sehr drauf achten. Ich packe euch einen Link unten zum Gerät rein. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich auch über ein Like. Den Knopf Daumen nach oben findet ihr auch da unten. Und natürlich, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, ich habe noch eine Smartphone-Halterung und die ist etwas stramm in der Halterung für das Stativ drin. Und es ist mir gerade eben das Handy entgegensprungen. Ja, also wenn ihr natürlich den Kanal noch nicht abonniert habt, dann unterstützt den Kanal, indem ihr den abonniert. Ist etwa hier oder entweder hier oder hier der Knopf. Vergesst die Glocke nicht, denn wenn ihr auf die Glocke klickt, dann bekommt ihr auch ein Mail, wenn es neue Inhalte gibt. Das war es soweit. Schreibt gerne Kommentare unten auch rein. Und ich sage dann ciao, bis zum nächsten Video und vor allen Dingen bleibt gesund.